Hallo meine Lieben, heute haben wir Herrn Ernst Wolf bei uns im Gespräch und wir haben wieder ganz spannende aktuelle Themen und ich würde auch direkt mal beginnen mit der Explosion in Polen und was das auf sich hatte. Denn unsere Medien, die wussten ja so, würde ich sagen, von Anfang an schon, was da ungefähr los war, was die Richtung ist. Ja, wie würden Sie diese Situation beurteilen? Ja, es ist wirklich unglaublich, was da passiert. Also wenn man sich die Faktenlage anguckt, da ist eine Rakete explodiert in Polen und hat zwei Menschen getötet. Also über diese beiden Toten wird so gut wie überhaupt nicht gesprochen. Dafür wurde das Ganze sofort politisiert und zwar es wurde sofort behauptet, dass Russland Polen angegriffen hätte und zwar von der ukrainischen Führung. Nun muss man wissen, was das bedeutet. Wenn das tatsächlich der Fall gewesen wäre, dann wäre bei der NATO, ich glaube der Artikel drei oder vier wäre da in Kraft getreten. Das heißt, ein NATO-Land wäre angegriffen worden. Das hätte sofort bedeutet, dass es da den Verteidigungsfall gegeben hätte. Das heißt, dass die gesamte NATO hätte eingreifen müssen. Dann hätten wir es nicht zu tun gehabt mit einem Krieg zwischen zwei Ländern, sondern sofort zu tun gehabt mit einem Krieg zwischen 32 Ländern, weil der NATO gehören insgesamt 30 Länder an. Das ist also ein unglaublich gefährliches Ereignis gewesen. Und man muss sagen, wir wissen ja, die Faktenlage heute stellt sich so dar, dass es offensichtlich die Ukraine gewesen ist, die diese Rakete abgeschossen hat. Das war eine Rakete offensichtlich russischer Bauart, die aber auch von der Ukraine benutzt wird. Der Hintergrund für mich, also ich habe diese Meldung sofort, also gleich mal erstmal in Frage gestellt. Der Hintergrund für mich ist folgender. Also der Herr Selenskyy steckt im Moment ganz groß unter Druck. Also Selenskyy ist erstmal deswegen in Schwierigkeiten, weil der immer neue Forderungen gestellt hat an seine ganzen Verbünden, sowohl an die USA als auch an Deutschland. Wir wissen ja, dass er ständig Waffenforderungen gefordert hat und dessen Image in der Öffentlichkeit ist ganz stark angekratzt. Und dieses Image hat in der letzten Woche noch einen gewaltigen Schlag bekommen und zwar durch diese FTLX-Pleite, diese Kryptobörse, die da den Jordan runtergegangen ist, wo also Milliarden verschwunden sind. Und zu diesen Milliarden, da gehörten auch Spenden für die Ukraine. Also Selenskyy ist im Moment ganz groß in der Defensive und der versucht irgendwie seine Haut zu retten. Und da hat er natürlich jetzt mal ganz, ganz heftig gezündelt und hat versucht, den Dritten Weltkrieg herbeizuführen. Weil das ist nicht mehr und nicht weniger, als wenn sich das als wahr herausgestellt hätte, dann würden wir jetzt im Moment im Dritten Weltkrieg stehen. Das, was ganz interessant ist, ist, wie die Politik und wie die Medien auf das Ganze reagiert haben. Also die Politik in Deutschland repräsentiert durch die größte Kriegshetzerin, die ich im Moment kenne. Das ist Frau Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Die hat das Ganze sofort aufgegriffen, als wenn es ein Fakt wäre. Hat sich dann später korrigieren müssen, hat inzwischen gesagt, sie bereut überhaupt nichts. Also das schlimmste, das schlimmstmögliche Statement, was man danach noch abgeben kann. Und man darf nicht vergessen, diese Frau hat eine, spielt eine ganz gewichtige Rolle. Die ist nämlich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Also der höchsten militärischen, militärisch-politischen Instanz in Deutschland. Also die hat das sofort aufgenommen. Also das ist natürlich ungeheuer gefährlich. Und die Medien haben das sofort aufgenommen. Also die Medien, die Bild-Zeitung hat das sofort berichtet. Andere Zeitungen haben das berichtet. Diverse Portale im Internet haben das sofort berichtet. Und wir wissen ja, dass das kein Einzelfall ist. Wir wissen ja, dass es das in der Vergangenheit gegeben hat. Also Sie haben ja auch darüber geschrieben. Ich lese ja gerade Ihr Buch im Moment. Und da haben Sie auch geschrieben. Ich glaube, das war einmal Pearl Harbor. Da ist ja auch so etwas Ähnliches passiert. Und dann war es, glaube ich, im Falle des Irak. Ich glaube, da waren es die Massenvernichtungswaffen, die da als Anlass genommen wurden. Das war die Brutkastenlüge, die da thematisiert wurde. Genau, genau. Genauso wie Sie sagen, man muss einfach nur in die Vergangenheit schauen und sehen, was da die Medien an Einfluss haben, um das zu verändern. Und zum Beispiel wie bei der Brutkastenlüge, da war es ja im Grunde auch nur, dass der US-amerikanische Präsident Bush Senior eine Legitimierung des Krieges eben gegen den Irak in der Bevölkerung finden wollte oder machen, kreieren wollte, ja, weil die Bevölkerung nicht dafür war. Und da haben Sie eiskalt eine PR-Agentur beauftragt, um dann sozusagen diesen Krieg zu befürworten, damit im Volk das passiert. Und genau das, so wie Sie gesagt haben, genau das sieht man ja jetzt gerade, wie also wirklich die Menschen in den sozialen Medien gefordert haben, dass die NATO doch jetzt endlich Russland angreifen soll. Und das ist doch der Fakt, der dabei rauskommt, welche Macht eben die Medien haben. Ja, genau. Also auch das andere Beispiel, Pearl Harbor, also die Amerikaner sind ja in den Zweiten Weltkrieg relativ spät erst eingetreten. Die brauchten auch einen Vorwand und diesen Vorwand haben sie damals offensichtlich selbst geschaffen. Und ich muss sagen, also mir riecht das Ganze auch danach, dass auf Befehl vermutlich von Herrn Selensky da etwas passiert ist und dass er das dann einfach benutzen wollte. Also wie gesagt, besonders schändlich finde ich auch dabei, dass die Opfer überhaupt nicht berücksichtigt werden. Ich meine, da ist ein Bauernhof offensichtlich in Flammen aufgegangen. Da sind zwei Menschen auf schreckliche Weise gestorben. Aber diese zwei Menschen sind nie mit Namen erwähnt worden. Da ist auch nie gesagt worden, wer genau das nun ist. Also da wird mit Menschenleben gespielt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr in unserer Zeit. Und das sollte uns wirklich allen zu denken geben, diese Entwicklung. Ja, das ist wirklich gruselig. Und genau wie Sie genannt haben, die Strack-Zimmermann, die auch immer vorne rum sagt, das Wichtige ist doch die ukrainische Bevölkerung. Und deswegen müssen wir weiter Krieg führen oder Waffen liefern oder sonst was. Also diese ganze Paradoxe und genauso das Volk, das dann denkt, ich bin doch friedliebend, ich bin für den Frieden und deswegen brauchen wir Krieg. Und das schaffen die Medien. Ja, ganz genau. Ich möchte noch auf ein anderes Thema eingehen und zwar das Treffen der G20 in Bali. Und da habe ich die erste Frage oder was ich denke, dass sich jeder fragt, was macht ein Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum auf diesem Treffen? Ja, das ist ganz interessant, weil das Weltwirtschaftsforum ist ja nichts anderes als eine Stiftung mit Sitz in der Schweiz. Und der Klaus Schwab ist weder von irgendjemandem gewählt, noch von irgendjemandem legitimiert. Also das ist schon ganz interessant, dass der da aufgetaucht ist. Aber wenn man da in die Geschichte des WEF mal eintaucht, dann weiß man, dass das kein Zufall ist. Also die G20 sind ja die Nachfolgeorganisation der G8 und die G8 sind die Nachfolgeorganisation der G7. Also die G7 sind 1973 mal gegründet worden. Das war kein Zufall damals, weil 1973 haben wir die große Ölkrise gehabt. Da gab es einen Krieg zwischen Israel und Ägypten, an dem auch einige andere Länder beteiligt waren. Und dieser Krieg hat dazu geführt, dass der Ölpreis weltweit explodiert ist. Also er ist damals vervierfacht worden von den Ölproduzenten. Das hat die westliche Welt in große Schwierigkeiten gebracht, weil Öl ist die meistgehandelte Ware der Welt. Und wenn der größte Energieproduzent auch und wenn das plötzlich so teuer wird, dann gibt es wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und Klaus Schwab hat damals diese G7 sofort benutzt. Also der hat die entscheidenden Leute damals zusammengeführt und für einen Kredit gesorgt. Und das war der höchste bis dahin jemals vergebene Kredit. Und zwar war der von den Ländern im Nahen Osten, also von den OPEC-Ländern, an die westlichen Finanzinstitutionen. Also Klaus Schwab hat damals schon eine ganz gewichtige Rolle innerhalb der G7 gespielt. Dann sind die G8 gegründet worden. Das war 1997. Ich glaube, das war im Gefolge der Tigerstaatenkrise in Asien. Und dann nach dieser, also da ist dann Russland dazugenommen worden. Vorher waren das also mehrere westeuropäische Länder plus also Italien, Deutschland, Frankreich und die USA. Und später bei den G8 ist dann auch Russland dazugenommen worden. Aber Klaus Schwab hat dann ab 2000 immer darauf gedrängt, dass man auch die BRICS-Staaten mit reinbringt. Also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika und dann zusätzlich noch einige andere, also wichtige Wirtschaftsnationen wie Indien und Argentinien. Und er hat immer darauf gedrängt, dass man diese Gruppe erweitert und es tatsächlich auf sein Bestreben und das Bestreben des WEF zurückzuführen, dass diese G20 jemals gegründet wurden. Also im Grunde haben die G20 jetzt praktisch nur ihren geistigen Vater mit dazu geholt. Und man muss sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Präsidenten und Regierungschefs kommen und gehen. Aber Klaus Schwab bleibt. Also seit 52 Jahren. Also der Mann hat in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Kanzler mitbekommen. Der hat in Amerika so und so viele Präsidenten mitbekommen. Aber er ist die einzige konstante Größe. Und er hat dadurch natürlich über die fünf Jahrzehnte, in denen er aktiv war, unglaublich viel Macht an sich gerissen. Und es sind übrigens nicht nur die G20 sein Werk, sondern es gibt auch andere Sachen. Also die WTO, die World Trade Organization, die ist auch auf sein Bestreben zurückzuführen. Und was ganz interessant ist im Zusammenhang mit der vermeintlichen Pandemie, die wir gerade erlebt haben, die GAVI, die Global Alliance for Vaccination and Immunization, ist auch auf sein Bestreben zurückzuführen. Die ist nämlich im Jahre 2000 am WEF in Davos gegründet worden. Also man muss sagen, wenn es eine große graue Eminenz im Hintergrund in unserer Zeit gibt, dann ist das Klaus Schwab mit seinem WEF. Also diese Organisation hat ungeheuren Einfluss und es ist kein Zufall, dass der in Bali da auftreten durfte und seine Agenda da verkünden durfte. Sie haben sich ja auch ausgiebig mit dem Weltwirtschaftsforum jetzt in der Vergangenheit beschäftigt. Sie haben jetzt Ihr Buch veröffentlicht, das Weltwirtschaftsforum. Und in dem Zusammenhang, wenn wir da mal kurz einen Einblick reinbekommen würden in dieser Thematik, und zwar, wie hat es denn ein Klaus Schwab, der, wie Sie schon gesagt haben, nicht gewählt ist, er war jetzt keine führende Persönlichkeit oder irgendwie in der Öffentlichkeit, wie hat er das denn geschafft, überhaupt diesen Einfluss zu bekommen? Ja, das war genau die Frage, die mich eigentlich bewogen hat, das Buch zu schreiben, weil ich habe mir auch diese Frage gestellt und das ist ja wirklich sehr rätselhaft, dass ein 32-jähriger deutscher Professor, also der gerade zweimal studiert hat, einmal Volkswirtschaft und einmal Ingenieurswissenschaft und der gerade fünf Jahre Berufserfahrung hat, dass der ein Symposium gründet in der Schweiz und dass bei dem ersten Treffen dieses Symposiums 440 oder 444 Spitzenmanager anreisen, aus 30 verschiedenen Ländern, 14 Tage ihren Job vernachlässigen und da in Davos bleiben und dort den 50 Top-Speakern der Welt zu jener Zeit zuhören. Also das ist natürlich ganz ungewöhnlich. Und ich habe mich dann mal einmal damit befasst, wie das Ganze finanziert wurde. Also Klaus Schwab selber hat gesagt, er hätte ein Startkapital von 50.000 Franken damals gehabt. Das hätte ihm ein Industrieller geliehen unter der Prämisse, also entweder er zahlt das zurück oder er tritt bei ihm in den Betrieb ein. Also 50.000 Franken, mit 50.000 Franken hätten sie vielleicht ein oder zwei dieser Manager in einem der Luxushotels in Davos unterbringen können, aber nicht den Rest der ganzen Gruppe. Also was steht dahinter? Nun gut, dann habe ich erfahren, dass diese Leute tatsächlich auch für ihren Aufenthalt bezahlen mussten. Nun frage ich mich, wer bezahlt für so etwas, wenn ihnen das ein 32-Jähriger anbietet. Und dann bin ich mal ganz tief eingestiegen in die Biografie von Klaus Schwab und die ist wirklich sehr interessant. Also der Mann ist 1938 geboren, ist der Sohn eines deutschen Managers gewesen, der in der Schweiz gearbeitet hat, dann aber zu nationalsozialistischen Zeiten nach Deutschland gegangen ist, nach Ravensburg und dort einen Betrieb aufgebaut hat, der als nationalsozialistischer Musterbetrieb gab. Also das ist so zum Hintergrund der Familie von Schwab ganz wichtig. Schwab selber ist dann in der Schweiz weitgehend groß, er ist in Ravensburg zum Gymnasium gegangen, dann zum Studium in die Schweiz gegangen. Aber Schwab hat dann etwas gemacht, er ist dann für ein Jahr nach Harvard gegangen, an die Harvard-Universität. Und da ist er offensichtlich einigen Leuten aufgefallen. Also er hat was ganz Geschicktes gemacht, er hat sein Studium, was eigentlich zwei Jahre hätte dauern sollen, in einem Jahr absolviert, weil er seine Kurse so geschickt gelegt hat. Und das hat den Dekan natürlich auf ihn aufmerksam gemacht, also das war schon wirklich was Außergewöhnliches. Und dann hat er als Professoren damals gehabt, einmal Henry Kissinger und andererseits John Kenneth Galbraith, das ist ein Berater, Wirtschaftsberater mehrerer Präsidenten und Herman Kahn, das war ein Zukunftsforscher, der das amerikanische Militär im Zuge des Vietnamkrieges beraten hat und der damals also als Nuklearstratege galt und der immer Atombombenabwürfe auf Vietnam gefordert hat. Also diese drei Leute haben ihn geprägt und Klaus Schwab sagt heute ganz offen, dass Henry Kissinger eine der wichtigsten Figuren in seinem Leben gewesen wäre. Nun muss man wissen, Henry Kissinger ist direkt und sehr intensiv verbunden mit der gesamten amerikanischen Elite, genauso wie es John Kenneth Galbraith und Herman Kahn waren. Und Henry Kissinger ist später Außenminister der USA und Sicherheitsberater des Präsidenten geworden. Und dann muss man auch noch wissen, dass die amerikanische Elite in den 60er Jahren, also in den Jahren 68, 69 oder 67 bis 69, als Schwab da drüben war, dass die damals ein großes Problem hatte. Und zwar gab es in Europa eine Bewegung von vielen Industriellen, die gerne wollten, dass man sich unabhängiger von den USA macht. Die hatten also ein bisschen Angst, dass die USA noch mehr Macht und noch mehr Einfluss in Westeuropa gewinnen können. Und da gab es ein Buch, das war von einem französischen Medienmogul geschrieben, Servant Schreiber hieß der, der auch in die Politik gegangen ist. Das hieß die amerikanische Herausforderung. Also dieses Buch ist damals sehr populär geworden. Und da haben die Amerikaner auf eine sehr geschickte Art und Weise reagiert, nämlich da hat Henry Kissinger offensichtlich Klaus Schwab dazu bewogen, dieses Symposium zu gründen, was am Anfang auch nicht World Economic Forum hieß, sondern European Management Forum. Also man hat europäischen Managern angeboten, passt mal auf, kritisiert nicht die USA, sondern lernt von uns. Lernt unsere Management-Methoden, dann werdet ihr auch erfolgreicher sein. Und dieses Prinzip scheint wunderbar aufgegangen zu sein. Also das erste Symposium 1971 war ein Riesenerfolg. Klaus Schwab hat das dann sofort die eigene Organisation angemeldet als Stiftung. Und überraschenderweise ist sofort die EG-Kommission eingesprungen und ist zum Schirmherrn der weiteren Veranstaltungen geworden. Also die EG-Kommission war die Vorgängerin der EU-Kommission. Also die Europäische Union bestand damals nur aus wenigeren Ländern und die hießen damals EG. Aber diese Kommission wurde geleitet von einem Raymond Barr, der ist dann später in Frankreich, also ganz groß in der Politik, aufgestiegen. Und der hat dann auch 30 Jahre lang im Vorstand vom EMF und später vom WEF gesessen. Also da ist sofort der Brückenschlag zwischen Politik und Wirtschaft gemacht worden und auch der Brückenschlag zwischen Amerika und Europa. Und ich denke, dass Klaus Schwab da im Grunde nichts anderes gewesen ist, als mehr oder weniger so der Frontmann einer Agenda, die im Hintergrund beschlossen wurde. Weil das alles hat natürlich auch enorm viel Geld gekostet und dieses Geld hatte Klaus Schwab gar nicht. Aber er war offensichtlich ein willentlicher Diener seiner Herren und hat das alles ganz gut gemacht. Und er hat es dann natürlich auf sehr geschickte Weise verstanden, seine Macht im Laufe der Jahre immer stärker auszuweiten. Wow, also was da für Hintergründe stecken, das kriegen wir bei unseren Medien definitiv nicht erzählt. Das denke ich auch. Nee, das wird den Leuten verschwiegen. Interessant ist, dass das World Economic Forum relativ offen immer gearbeitet hat. Also die haben sich nie Mühe gegeben, sich zu verstecken. Also diese Treffen in Davos sind ja weltweit eigentlich bekannt. Also man wusste schon seit vielen Jahren, dass in Davos in der zweiten Hälfte des Januar immer die Reichen der Welt und die Mächtigen der Welt zusammenkommen. Also in den letzten 30 Jahren waren es immer so 25 bis 45 Präsidenten und Regierungschefs, die angereist sind. Und dann war es natürlich die ultrareiche Elite der Welt. Dazu kamen dann auch noch Medienvertreter und so weiter. Die hat ja Klaus Schwab zum großen Teil dann auch selber ausgebildet ab den 90er Jahren. Aber die Öffentlichkeit, die hat immer nur auf diese eine Veranstaltung geguckt. Es gab aber massenweise Veranstaltungen im Hintergrund, die auch nicht nur in der Schweiz stattgefunden haben, sondern in Asien, in Afrika, in den USA. Da wurden die Leute, die dem WEF wohlgesonnen waren, die wurden dann mit Präsidenten überall auf der Welt oder mit Regierungschefs zusammengebracht. Da wurden riesige Veranstaltungen organisiert für Geschäftsleute, wo teilweise zum Beispiel in Montreux 1500 Geschäftsleute aus dem Nahen Osten mit Geschäftsleuten aus Europa und den USA zusammengekommen sind. Also da ist unglaublich viel gemacht worden. Und Klaus Schwab war einer der Ersten, der erkannt hat damals, wie wichtig China für die Weltwirtschaft wird. Also ganz viel von dem, was China innerhalb der Weltwirtschaft erreicht hat, hat es über diesen Kontakt zu Klaus Schwab geschaffen. Klaus Schwab hat ein eigenes Büro dann irgendwann in Beijing eröffnet, das sein eigener Sohn eine ganze Zeit lang geleitet hat und bei den Treffen, die auch in China stattgefunden haben, in Tianjin, wo ich einmal geboren bin und in Dalian, da sind dann auch immer die chinesischen Premierminister, also das war Li Keqiang einmal, das war Wen Jiabao, die sind da aufgetreten und daran sieht man, dass Klaus Schwab gleich also direkte Beziehungen zu der allerhöchsten Spitze in China geschaffen hat und dass er wirklich ganz stark dazu beigetragen hat, dass China heute die größte Handelsnation der Welt ist. Ja, ein Durchschnittsbürger, wenn überhaupt, ist sozusagen das Wissen, was von den Medien kommt, dass eben diese Veranstaltung und wie ein Klaus Schwab sagt, es ist eine Plattform der Diskussion, einfach eine kleine Ideenfindung, wo alle zusammenkommen. Ja, er hat es ja wirklich geschafft, auch die ganzen Kritiker da mit reinzunehmen. Das ist natürlich eine strategisch unglaublich Geschichte der Schachzug gewesen. Also das hat in den 70er Jahren angefangen, also der 73 war das dritte Forum und damals gab es sehr viel Kritik, gerade an den Amerikanern. Deswegen, weil in Chile ein Putsch stattgefunden hat damals mit Hilfe der CIA, da ist der sozialistische Präsident ermordet worden, da gab es einige tausend Tote und da hat General Pinochet, also ein rechtsradikaler General in Chile die Macht übernommen und da gab es sehr große Kritik an gerade den USA und allen, die das unterstützt haben. Da hat Klaus Schwab einfach reagiert, indem er einen der wichtigsten Bischöfe aus Brasilien eingeladen hat und der hatte eine flammende Rede über Menschenrechte gehalten, sodass alle geglaubt haben, also tatsächlich der Klaus Schwab ist an einem Ausgleich zwischen den Kräften interessiert. Der lässt auch die Opposition zu Wort kommen und da muss man aber sagen, dass Klaus Schwab sich in den letzten zwei Jahren als genau das Gegenteil geoutet hat, weil wenn es einen Menschen auf der Welt gegeben hätte, der den Ukraine-Krieg hätte verhindern können, dann wäre das Klaus Schwab gewesen. Klaus Schwab ist vernetzt mit Joe Biden, Klaus Schwab ist vernetzt mit Herrn Zelensky, Klaus Schwab kennt Wladimir Putin, weil das einer seiner Young Global Leaders gewesen ist, Klaus Schwab hat direkte Beziehungen zur EU-Kommission, Frau von der Leyen hat in seinem Vorstand gesessen und Klaus Schwab ist auch sehr eng bekannt mit dem NATO-Generalsekretär, der übrigens nicht nur NATO-Generalsekretär gewesen ist in den letzten Jahren, sondern davor auch noch Vorsitzende der Gavi, die von Klaus Schwab mitgegründet wurde. Also da gibt es ein Netzwerk von Leuten, die er hätte zusammenbringen können und die diesen Krieg hätten verhindern können und genau das hat er nicht getan und deswegen kann man sagen, diese ganze Strategie, den Leuten da klar zu machen zu wollen, dass man eigentlich also die verschiedenen Parteien an einen Tisch bringt, das ist nichts anderes als Augenwischerei, das sind nichts anderes als Lügen, die verbreitet werden. In Wirklichkeit steckt Klaus Schwab genauso hinter diesem Krieg wie die gesamte Elite der Welt. Also man kann es eigentlich zusammenfassen, er liebt das kontrollierte Chaos, er möchte ja einen Umbruch, er möchte ja die vierte industrielle Revolution voranbringen. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach seine ideale Zukunft denn aus? Ja, das ist was ganz Schreckliches, also Klaus Schwab ist ja ein Anhänger des Transparenos, das besteht ja darin, dass man die biologische und die digitale Sphäre miteinander verbindet. Also das Ganze gilt auch als biodigitale Konvergenz, also das Zusammenkommen dieser beiden Sphären. Und das bedeutet nichts anderes als, dass den Menschen entweder Implantate eingesetzt werden oder dass der Mensch über irgendeine andere Möglichkeit entweder möglicherweise Injektiv von bestimmten Stoffen oder über Magnetwellen oder so beeinflusst werden kann. Also der Traum ist ähnlich wie der Traum von Elon Musk. Also Elon Musk betreibt ja mit Neuralink eine Firma, die in diesem Bereich ganz stark aktiv ist. Der lässt Leuten ja Implantate ins Gehirn einpflanzen, sodass sie dann zum Beispiel mit der Suchmaschine von Google verbunden sind. Also diese Leute brauchen dann nicht mehr an ihren Computer zu gehen, sondern können die Suchergebnisse über die Steuerung ihrer Gedanken abrufen. Das bedeutet natürlich nichts anderes als, dass man sich absolut diesen Unternehmen, die diese Informationen zur Verfügung stellt, unterwirft. Also das ist kein Fortschritt für das Wissen der Menschheit, sondern das ist eine Einschränkung, eine unglaubliche Einschränkung und eine Manipulationsmöglichkeit für ganz wenige, auf die 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 weißen Massen dann eben kontrollieren können. Und ich muss sagen, es gibt mehrere Interviews von Klaus Schwab, wo er ganz begeistert darüber redet, über diese Möglichkeiten der Verbindung der biologischen und der digitalen Sphäre. Und ich muss sagen, das ist unendlich viel gefährlicher als das, was er im politischen und wirtschaftlichen Bereich in den vergangenen Jahren angerichtet hat. Also für mich ist Klaus Schwab genauso wie Elon Musk. Das sind für mich also ganz, ganz gefährliche Personen, die uns in eine absolut schreckliche Zukunft führen wollen. Ja, also kann ich nur zustimmen. Und apropos ideale Zukunft, wenn wir kurz nochmal bei dem G20-Treffen bleiben, da habe ich mir nämlich ein Zitat rausgeschrieben vom indonesischen Gesundheitsminister, der sich die Zukunft auch ganz genau vorstellt. Und zwar hat er gesagt, wir sollten ein digitales Gesundheitszertifikat für alle einführen, das von der WHO betreut wird. Dann müssten wir in einer solchen Krise nicht mehr alle einsperren, sondern könnten die, die eine Injektion haben oder getestet sind, frei herumlaufen lassen und müssten unsere Wirtschaft nicht mehr schaden. Also was sagen Sie dazu? Es ist unglaublich manipulativ formuliert, weil man sagt, wir können die und die freilassen. Er könnte genauso gut sagen, wir müssen aber all die, die sich nicht impfen lassen oder die sich nicht testen lassen, die müssen wir alle einsperren. Das hat er allerdings verhindert. Also das hat er jedenfalls nicht erwähnt. Aber das ist die Quintessenz dessen, was er da gesagt hat. Und ich muss sagen, das ist also eine ganz schreckliche Agenda, die leider inzwischen, also gerade in China schon weitgehend so durchgeführt worden ist. Also wenn wir wissen wollen, was uns da droht, dann müssen wir wirklich den Blick nach China richten. In China gibt es ja diese Gesundheitszertifikate und wie die missbraucht werden, das haben wir in den letzten Monaten gesehen. Also in China ist ja im letzten Herbst der große Immobiliengigant Evergrande zusammengebrochen. Und das hat dazu geführt, dass mehrere Banken zusammengebrochen sind, dass den Leuten also auf ihren Konten nichts mehr geblieben ist. Und diese Leute wollten dann vor den Banken demonstrieren. Aber diese Demonstrationen sind nicht zustande gekommen, weil die App, die Gesundheits-App dieser Leute auf rot umgesprungen sind. Also die ganzen Kunden dieser Banken hatten plötzlich rote Gesundheits-App, was mit ihrer Gesundheit so gut wie nichts zu tun hatte. Also da kann man sehen, wie die Leute dann manipuliert werden können, wie wir alle dann manipuliert werden können. Also das ist eine Zukunft, die uns unbedingt erspart bleiben sollte, die uns aber nicht erspart bleiben wird, wenn die Leute sich nicht dagegen wehren. Weil dahin geht der Zug im Moment. Also jetzt im Moment sehen wir, dass die ganzen Maßnahmen so ein bisschen zurückgefahren werden. Aber das hat damit zu tun, dass einfach die Begründungen dafür fehlen. Also bei uns in Deutschland zum Beispiel gehen die Inzidenzen zurück, auf die man sich ja immer berufen hat. Es gibt in der Bevölkerung auch eine große Müdigkeit, was diese Maßnahmen anbetrifft. Aber man darf nicht denken, dass diese Agenda vorbei ist. Diese Agenda ist auch nur Teil einer viel größeren Agenda. Es ging nie um Gesundheit. Es geht um die absolute Kontrolle von uns allen. Und es geht im Hintergrund eben vor allem um die Einführung eines neuen Geldsystems. Und dieses neue Geldsystem, digitales Zentralbankgeld, ist ein Zwangssystem. Das kann man unter normalen parlamentarisch-demokratischen Umständen nicht einführen. Dafür braucht man autoritäre Zustände. Und diese autoritären Zustände, an denen wird weiter gearbeitet. Und man wird weiter versuchen, die einzuführen, auf die eine oder andere Weise. Wir werden sehen, im Moment geht diese ganze Gesundheitsdiskussion zurück. Dafür tritt der Klimawandel immer mehr in den Vordergrund. Und der Klimawandel ist nichts anderes als eine weitere neue ideologische Begründung für laute Einschränkungen, die uns auferlegt werden sollen. Genau, das sehen wir jetzt gerade. Ich sage ja auch immer wieder, das, was geschehen ist, das müsste eigentlich aufgearbeitet werden. Und wie Sie sagen, diese autoritären Verhältnisse, die wir seit 2020 auch sehr stark gespürt haben, dass das möglich ist, das muss ja aufgearbeitet werden, dass das eben nicht möglich ist. Weil ansonsten, ja, können wir so gleich das Wort Demokratie streichen. Absolut. Und ja, im Hintergrund, wie Sie schon gesagt haben, digital Zentralbankwährung, da gehen ja auch einige Dinge voran. Und ich möchte auf ein Thema noch eingehen, wo die Zuschauer auch schon Spekulationen betrieben haben. Und zwar das Thema BlackRock. Weil BlackRocks Vermögen ja geschrumpft ist und man spekuliert jetzt darum, ob BlackRock möglicherweise jetzt eben pleite geht. Was sagen Sie, was haben Sie für Informationen? Ja, das ist eine ganz interessante Sache, weil BlackRock hat ja im letzten Jahr also ein Riesenvermögen verwaltet von 10,1 Billionen Dollar. Und wenn man jetzt in die Statistiken hinein sieht, dann ist das geschrumpft auf 7,9 etwas. Also es ist um mehr als 2 Billionen, das sind 2.000 Milliarden zurückgegangen. Da kursieren jetzt die ersten Gerüchte im Internet, dass BlackRock vor der Pleite steht oder dass die in Riesenschwierigkeiten sind oder dass die von den Zentralbanken in Schwierigkeiten gebracht wurden. Nur muss man dazu wissen, dass die Zentralbanken heute eigentlich von BlackRock gelenkt werden. Also die Zentralbanken waren 2008 nicht mehr in der Lage, das System aus eigener Kraft zu stützen. Die brauchten damals Informationen und diese Informationen hatte nur BlackRock, weil BlackRock betreibt das größte Daten-Finanzdaten-Analyse-System der Erde. Das heißt Aladdin und auf das müssen die Zentralbanken seit 2008 zurückgreifen. Und die Zentralbanken können auch gar nichts beschließen, was BlackRock schadet, weil BlackRock zusammen mit Vanguard und den anderen Vermögensverwaltern, an denen die beiden als Hauptaktionäre beteiligt sind, die können jeden Markt der Welt in jede beliebige Richtung bewegen. Also was steckt dahinter? Dahinter steckt ganz einfach, da stecken zwei Sachen. Also einmal ist es so, dass man im Moment die Weltwirtschaft vorsätzlich zum Zusammenbruch bringt. Also all das, was um uns herum passiert, passiert nicht deswegen, weil irgendwelche hilflosen Leute versuchen, uns zu retten, sondern wir werden vorsichtig in eine wirtschaftliche Katastrophe hineingetrieben, weil man braucht diese Katastrophe, um das digitale Zentralbankgeld, was das Ende aller Demokratie bedeuten würde, einzuführen. Das ist das eine. Das andere ist die ideologische Begründung dafür. Und da wird als ideologische Begründung natürlich der Klimawandel herbeigezogen. Und dieser Klimawandel, der führt ja nicht dazu, dass das Klima verbessert wird oder dass der ökologische Zustand der Welt verbessert wird, sondern der hat vor allem dazu geführt, dass man die CO2-Steuer einführen müssen. Und die Einführung der CO2-Steuer zusammen mit diesen ganzen wirtschaftlich schädlichen Maßnahmen haben natürlich für große Turbulenzen an den Märkten gesorgt, sodass große Vermögenswerte verloren gegangen sind. Dazu kommt noch, dass jetzt auch die Kryptowährungen ganz hart angegriffen werden. Also das ist in meinen Augen auch kein Zufall. Also der FTX-Zusammenbruch, der Zusammenbruch einer absolut super korrupten Börse, von der aber die Regulatoren die ganze Zeit wussten, dass sie total korrupt ist. Und wobei die Regulatoren das auch geduldet haben. Wobei man im Hintergrund auch noch wissen müssen, dass diese Regulatoren auch noch mit der Demokratischen Partei in den USA zusammenhängen und denen also riesige Summen aus dem Vermögen von FTX als Wahlkampfhilfe zur Verfügung gestellt haben. Also da ist einiges im Gang im Moment, was diese riesigen Turbulenzen auslöst. Aber diese Turbulenzen schaden vor allem einer Gruppe, nämlich dem Mittelstand. Also was wir im Moment sehen, ist ein weltweiter Generalangriff auf den Mittelstand. Der reißt natürlich auch einige Großunternehmen mit rein. Also wir wissen ja auch, dass die großen IT-Unternehmen im Moment, dass deren Börsenwerte ganz stark, also teilweise stark abgenommen haben, dass auch Amazon zum Beispiel im Moment nicht so gut dasteht wie noch vor einem halben Jahr. Aber man darf nie vergessen, diese Großunternehmen sitzen auf riesigen Geldbergen und auf riesigen Vermögenswerten. Also BlackRock, die können auch noch weitere zwei Billionen verlieren. Die können auch vier oder fünf Billionen noch verlieren. Die werden trotzdem weiter oben schwimmen. Wer nicht weiter mitschwimmen wird können, das ist der Mittelstand. Und es geht im Moment darum, diesen Mittelstand zu zerstören, weil natürlich die Plattformindustrie, also das Industriemodell der IT-Industrie, hinter der auch die Vermögensverwalter stehen, weil das gefördert werden soll. Und was natürlich ganz gefährlich dabei ist, dass der profitabelste Bereich an Unternehmen im Moment in der Rüstungsindustrie sitzt. Also die Rüstungsindustrie wird total beherrscht von der Digitalindustrie. Dahinter stehen die Vermögensverwalter. Also das ist deren Hauptgeldquelle. Also gleichzeitig mit der Vernichtung und der mutwilligen Zerstörung der Weltwirtschaft geht wahrscheinlich in der nächsten Zeit einher die weitere Ausweitung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland. Also es gibt ja zwei weitere Kriegsherde, einmal den Nahen Osten und den anderen Kriegsherr Taiwan, wo immer weiter gezündet wird. Und ich fürchte, dass man da wirklich in Versuchung geraten wird, diese Kriegsherde auch noch zu entzünden. Also wir stehen vor ganz gefährlichen Zeiten, aber man muss immer wissen, was dahinter steht. Und das gibt auch eine positive Nachricht, weil dieser ganze Great Reset ist ganz gewaltig ins Stocken geraten. Also diese Agenda wird immer mehr Leuten im Moment klar, ist von einer Unmenschlichkeit, die einen wirklich sprachlos macht. Und es gibt auch gerade bei den IT-Konzernen im Moment riesige Probleme, weil die offensichtlich ganz schwer sich vertan haben und überreizt haben. Also ganz interessant ist der Fall Meta. Facebook, die haben in den letzten zwei Jahren darauf gesetzt, auch das Metaversum. Also wir alle sollen dann nur noch mit VR-Brillen, Virtual Reality-Brillen rumlaufen und dann irgendwo sitzen und glauben, dass wir in einer anderen Welt sind. Also der Mark Zuckerberg hat ja ganz vollmundig gesagt, in ein paar Jahren wird mindestens ein Prozent der Zeit der Leute im Metaversum stattfinden. Dann wurden diese ganzen Meldungen überall verbreitet, dass Leute sich da einkaufen im Metaversum, und dass bereits millionenschwere Hotel- und Hauskäufe getätigt wurden. Ich halte das alles für eine PR-Aktion, nur um dieses Metaversum interessant zu machen. Tatsächlich ist dieses Metaversum ein riesen Misserfolg und hat dazu geführt, dass Mark Zuckerberg sehr, sehr viel Geld verloren hat, das Unternehmen also in seinem Börsenwert ganz stark eingebüßt hat. Gerade letzte Woche erst mal 10.000 oder 11.000 Leute hat entlassen müssen. Da werden weitere Leute folgen. Und das Ganze zeigt mir, dass die Leute auf diesem Weg einfach nicht mehr mitgehen. Also Eltern sind nicht bereit, ihre Kinder mit so einer Brille im Kinderzimmer sitzen zu lassen. Die Leute haben keine Lust, sich aus dieser Welt zu verabschieden und in eine Scheinwelt dann einzutauchen, während in dieser Welt alles zerbricht. Also die Leute merken, in welche Richtung diese transhumanistische Agenda sie führt. Und ich glaube, die Leute sind zu großen Teilen nicht mehr bereit, da mitzugehen. Wir sehen noch nicht so viele Proteste, aber die Einstellung der Leute, die hat sich gewaltig geändert in den letzten zwölf Monaten. Deswegen ist es auch so wichtig, meiner Meinung nach, dass wir alle, also sowohl wir beide bei dem Interview als auch die Zuschauer, dazu beitragen, dass solche Informationen dann auch weiter geteilt werden, dass solche Informationen verbreitet werden, weil, wie Sie schon gesagt haben, es ist kein geradliniger Plan, der so funktioniert. Die Bevölkerung, die Menschen müssen erst mitspielen. Und deswegen ist so wichtig, jeder Einzelne, den man sozusagen da wachrüttelt und sagt, Moment, das ist vielleicht nicht die Zukunft, die du dir wünschst, ist jemand, der da einfach nicht mehr mitmacht. Ganz genau, ganz genau, so ist es. Und deswegen, liebe Zuschauer, also gerne dieses Video auch teilen oder einfach die Informationen an andere Menschen verbreiten, damit wir einfach dazu beitragen, dass das Ganze nicht im idealen Plan vorangeht. Und ich danke Ihnen für diese ganzen Informationen bei der aktuellen Lage, damit man einfach einen anderen Blickwinkel zu dem derzeitigen Geschehen hat. Vielen Dank.